Bonjour à tous und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video schauen wir uns an, wie man etwas bezahlt. Aber zuerst wiederholen wir, wie man etwas bestellt. Bonjour, vous désirez? Bonjour, je voudrais un pain et deux muffins, s'il vous plaît. Ça fait combien? Was kostet das? Ça fait 5 euros, s'il vous plaît. Das macht 5 euros, bitte. In diesem Dialog habt ihr zwei neue Sätze. Ça fait combien? Was kostet das? Ça fait, das macht 2 euros, zum Beispiel. Jetzt nennen wir ein paar Preise. 1 euro 2 euros 3 euros 4 euros 5 euros 6 euros 7 euros 8 euros 9 euros 9 euros 10 euros Jetzt, schwierigere Beispiele. 1 euro 50 2 euros 10 3 euros 20 4 euros 30 5 euros 5 euros 60 5 euros 60 5 euros 60